Die rumänisch-orthodoxe Kirche Patriarchat von Rumänien. Rumänisch-Biserica Orthodoxa Romana ist mit ungefähr 17 Millionen Mitgliedern nach der russischen orthodoxen Kirche Patriarchat Moskau die zahlenmäßig zweitgrößte orthodoxe autokefale Kirche in der Welt. Ihr gehören etwa 87 Prozent der rumänischen Bevölkerung an. Der Heilige Synod umfasst 42 Bischöfe. Seit der Revolution 1989 und dem Sturz von Nicolas Sussescu erlebt die Kirche wieder einen Aufschwung. Mittlerweile gibt es 15 theologische Fakultäten und über 500 Klöster mit mehr als 8000 Mönchen und Nonnen. Seit 1949 werden die 300.000 im europäischen Ausland lebenden Rumänen durch einen Metropoliten in Paris vertreten. Inzwischen gibt es mehrere Auslandsbistümer. So eine Metropolie für Frankreich und den Mittelmeerraum und seit 1993 auch eine rumänische orthodoxe Metropolie für Deutschland. Zentral- und Nordeuropa-Geschichte Die ersten sogenannten Metropolien auf dem heutigen Gebiet Rumäniens wurden Anfang des 15. Jahrhunderts gebildet. Ungaro-Walachei Fürstentum Moldau Siebenbürgen Der orthodoxe Kult der Rumänen in Siebenbürgen wurde gemeinsam mit dem ökumenischen Patriarchat im Jahr 1781 durch das Toleranzedikt von Kaiser Josef II. anerkannt. Die wurde im Jahre 1885 zur Autokephalenkirche und 1925 zum Patriarchat erklärt. Sie untersteht dem Patriarchen Daniel Zioboti in Bukarest, der seit 2007 als der sechste Patriarch im Amt ist. Seit 1961 ist die rumänisch-orthodoxe Kirche Mitglied des Weltkirchenrates. Patriarchen Patriarchen Miron Christia Niko de Munteanu Justinian Marina Justin Moisescu Teoktis Darapensu Daniel Zioboti Siehe auch Liste der Metropoliten der Ungarisch-Walachei und Patriarchen von Rumänien. Gliederung Metropolie für die Walachei und die Dobrugia Erz-Diözese Bukarest Erz-Diözese Tommis Erz-Diözese Tagoviste Erz-Diözese Butzau und Vronsche Erz-Diözese Agis und Masse Erz-Diözese Untere Donau Diözese Slobozia und Kalarasi Diözese Alexandria und Teleuermann Diözese Giugiu Diözese Tulsche Metropolie Für die Moldau und die Bukowina Erz-Diözese Iasch Erz-Diözese Susinwe und Radauti Erz-Diözese Roman und Bakao Diözese Husi Metropoli für Siebenbürgen Erzdiözese Hermannstadt Erzdiözese Alba Julia Diözese Kovasna und Hagita Diözese Oadea Diözese Deva und Hunedoara Metropoli für Klui, Maramuresh und Salai Erzdiözese Fad, Felerku und Klui Diözese Maramuresh und Satu Mare Diözese Salai Metropoli für die Kleine Wallachai Erzdiözese Krejowa Erzdiözese Ramniku Diözese Severin und Streheye Diözese Slatina Metropoli für das Banat Erzdiözese Temeshoara Erzdiözese Arad Diözese Karan Shebesh Diözese Dacia Felix Diözese für Ungarn Metropoli für Bessarabien Erzdiözese Kirschinau Diözese Balti Diözese Südbessarabien Diözese Dubasari und Transnistrien Rumänisch-Orthodoxe Metropoli für West- und Südeuropa Erzdiözese für Westeuropa Diözese für Italien Diözese für Spanien und Portugal Rumänische-Orthodoxe Metropoli für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa Erzdiözese für Amerika Diözese für Australien und Neuseeland Ukrainisch-Orthodoxes Vikariat Punkt 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 Punkt